ja 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 blitzreißer machst du ne blitzreißer oder darf man dahin das stückchen in den Norden? ja zu so Cortani oder wo du willst äh ich bin fast schon da und mach ich mal kies hier ja ich hab's ich seh's cool Nachtsicht gibt's auch geil ja bis jetzt ist super gut das kannst du ja manuell noch einstellen glaub ich oder? irgendwo aber ich find's ja ok da ist ein Sicario ich seh niemanden neben dem Checkpoint ich glaub so ein Grenzposten oder wie ohne Schatz dann gucken wir mal einer ja einer alleine na jo sehr guter Grenzposten hab ich mir auch krass gedacht aber da vorne ist irgendwas rotes noch Gegner mit Standardausrüstung ah im Turm ist auch noch einer Grafschütze wo ist ein Turm? äh links vom Osten äh da ja ah hier ok alles klar ja ok da kann ja Leute markieren schalt mal aus dem Turm erstmal aus Uiwi hier mit der Deckung singe und tanze und schrei umher aaaaaaah also den treff ich von hier unten nicht da ist eine Granate rein warte mal wir könnten ihn ja ein bisschen rauslocken ne das ist zu dunkel da drin da seh ich gar nichts ok da kommt man ja auch gar nicht hin na toll weiß ich wo wir sind wir sind an der Grenze Amerika zu Mexiko na hat der Trump schon Arbeit geleistet ja wie komm ich jetzt in den scheiß Turm rein gar nicht und hier müsstest du ihn treffen ich seh seine Birne ja dann schieß hm ist ja egal wer ihn von uns macht so warte mal ach verdammt ich darf nicht sitzen ich seh überhaupt nichts voll in die Presse ei 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 das war knapp der war gut hehehe noch einer? ne weil es immer noch rot markiert ist deswegen ach da unten ist noch einer ja kann man eigentlich die blöde Drohne abbrechen? ich will mal den den treffen ey äh ein bisschen rechts quasi hier wo meine Drohne ist ein Freischuss ja toll zau da ab so wo ich grad sagen das war ah da bin ich aus der Drohne raus das ist ein Treffer du hast doch den armen Baum in Ruhe hast du den armen Baum in Ruhe hehehe ich hab nur die Kugel abgelenkt so jetzt haben wir's da drüben ist noch einer der schreit grad rum irgendwo ist da noch einer oder? da sind zwei naja da ist noch einer da drüben oh scheiße ja die sehen den Typ jetzt scheiße hast du den hinteren? äh ja jetzt drehen sie sich um toll also welchen willst weiß oder schwarz? ist schon egal ich hab jetzt den hinteren ok sag wann warte ich hab keine Sichtfeld scheiße ja mach halt mal ja wenn ich den einer schieß dann kommt der andere von hinten naja what das war's mit ihm ja jetzt oh scheiße überherzen alle noch ganz aber es bockt so übels he hier ist ein Kartellorden da wird der Bein da muss der Penner von dir dritten sein den hab ich so getroffen dass er weggeflogen ist hast du schon erschossen? ja der stand da vorne beim Feuer irgendwo ah Gail Caprio jo oder das Dach aufmachen? ne ich kann gerade gut oder? ich schade sieht zumindest so aus fangen wir einfach mal durch oder? macht man das Radius? macht man das? ach ja ok waa da ist irgendwas leer alles ja da ist ein zweites Ziel da ist ein zweites Ziel aber keine Gegner die lilan oder? doch doch echt? der Unidad also vor diesem Militär ah ja stimmt ok sonst was ist noch da ist einer ja ja einer links einer rechts oder? ums Haus rum ja ich geh rechts aufpassen aufpassen dass der andere mich nicht sieht da hinten oh scheiße das war knapp die kommt zu mir wir gehen die weg ich weiß nicht die stehen jetzt grad da vorne ah ja ich hab einen im Visier ja dann mach Tango getrettet Tango getrettet komm wir haben dir geholfen du musst nicht mehr beten ist das vor Ausrufezeichen? oh irgendwas flattert da na da oben willst du ihn verhören? kann ich machen ja so was ist das? der hat ja viel geredet ne der hat ja überhaupt nichts geredet der hat ja auch so Fertigkeitspunkte ich glaub ich tu die Drohne auch mal verbessern die brauchen wir öfters wo sind hier noch welche? naja da hinten ist da oben naja wo? naja hier brauchen wir jetzt nix mehr machen oder wie? naja ist weil ich war es oder das zeigt nix mehr an hm hm wenn du auf die blöden Akten willst oder so musst du äh maus hart drücken ok also in der Karte so so was machen wir jetzt als nächstes das ist das ist das ist brutal wir hätten rechts Aufklärungsdateien wir hätten unter dem linksbums unter dem Hitsreiseteil wo meinst? ja wir können das gelbe da machen diese Aufklärungsdateien oder? ja schon wir schnappen uns ein Auto ja wenn du eins findest da steht eins ok da sind auch nochmal Aufklärungsdateien zweimal sogar also also Nachschubzeug ja treib still so ok weiß nicht ob wir das tun sollen was? ich glaube das Ding ist rosa er hat ein rosanes Auto frag lieber nicht gibt's doch hier Granaten nein was zu tun jetzt ist ein brennendes rosanes Auto sowas passiert wenn man sein scheiß Auto rosa lackiert aber echt geil nehm mal die Kiste hier mir aus Puff ja laut das rosa radios uah jes ui 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 jetzt krieg ich noch Stress oh oh meins? hä? Wobei, YouTube wird ja alles angeprangert, sobald es hier mit drei Wörtern aus dem Lied ist. Ja, ich weiß es. Die bauten hier Straßen. Die kommen ja eigentlich auch in die Ego-Perspektive weg. Ich weiß es nicht, glaub nicht. Der Zaun musste abgerissen werden. Da vorne sind direkt wieder Dings. Langstärken wir hier aus, oder? Jo. Da vorne ist wieder Lila. Da ist auch irgendein lustiger grüner Punkt rechts von uns. Was auch immer das sein soll. Ach du Scheiße, ist das groß. Dings. Ich will, da werden noch mehr sein. Höhöhöhöhöh. Na, da werden noch mehr sein. Drei. Könnten. Glaub ich am Rand, oder? Ne. Ist das einer? Ne. Es sind auf jeden Fall 6 oder 7 Gegner, oder was ist das denn? Wo alle zusammen stehen. Hier ist wieder Nachschub. Ja. Er hat keinen Gegner, oder? Er hat zwar, er war für an, aber... Ist das ein Gegner, ne? Er wird nicht böse angezeigt. Bis er schießt. Ne, ich hab schon Munition. Ey, du Sack. Ne, komm. Ah, das glaub ich einfach, weil es ein Rebell ist, ist er cool. Hm. So. Wie machen wir das jetzt? Durch die 3, oder wir schmeißen einfach 2 Granaten bereit. Könnt man eigentlich machen, weil die stehen ja alle so zusammen. Wichtig? Höhöhöhöhöhöhöhöh. Kann ja bestimmt hier wo das Haus sein. Man kann aber auch hoch. Nein, nur ganz hoch kommt er nicht. Äh, doch, auch. Hier. Ach, du bist ja schon drüben. Ja. Du weißt schon, dass es wieder so eine Art Selbstmordkommando ist, was wir davor haben. Ja, schon. Deswegen machen wir es ja. Hier hat man keine gute Sicht. Überhaupt nicht, ey. Ah. Hm. Ich hoffe, gleich Granat, ich sag's dir. Na toll. Ich geh mal von da. Wenn wir jetzt noch zwei Mitglieder mehr hätten, wäre perfekt. Das sind zwei, vier, sechs Stück und drei mit schwerer Rüstung. Ich bin rechts an der Hauskante. Soll ich ne Granate werfen? Ich hab von so einem einheimischen Blöd angemacht. Ja. Ich hab gesagt auch noch drei. Ja, aber die kriegt man nicht alle tot. Also ich treffe vier mit meiner Granate. Fünf, sechs. Wenn ich's so schmeiß, alle vielleicht. Haben wir uns gesehen? Ja. Scheiße. Okay. Problem gelöst. Jetzt räumen wir auf und dann weiter. Ich freu die zwei hier. Und der da hat mich hingeschmissen. Nee, nicht weglaufen, wenn die Granate da liegt. Nein, warum? Das lernt man nicht. Da ist wieder ein Typ, wo wir befragen können. Hier rechts ist hier so ein Ausrufezeichen. Oben im dritten Stock. Ah ja. Okay. Ah nee, ein Laptop. Wir können. Was wollen wir? Waffenkisten, oder? Waffenkisten. Ja, ja, klar. Nehmen wir ja damit. Sechs Waffen und Zubehör. Sehr schön. Guck mal irgendwas in der Nähe? Ja, ist wirklich was in der Nähe. Geil. Ich würde sagen, wir sind schon imber. Wobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob Oh je, das ist ja eine riesengroße. Setze Drohne ein. Ja, Drohnen fliegen. Hast du euch deinen Flugschein für die Drohne dabei? Flugschein? Ja. Hallo. Na gut, dass hier kein Polizist ist. Aber da ist auch ein Civilist. Was? Du halt unten. Hä? Ich sehe keinen. Sind alle in irgendwelchen Häusern oder... Ja, zwei Stück habe ich gesehen, aber... Sag mir wo. Drei. Drei hast du markiert. Ja. Nochmal einer. Vier. Fünf. Das sind alle in den Häusern drin, ja. Aber weiter komme ich nicht. Du hast nochmal wieder ein kleines Ausrufezeichen. Irgendwas tolles gibt es da auch nochmal. Ja. Ähm. Hier mal ne Möglichkeit zum besser ausspäen hast du nicht gefunden grad, ne? Äh, ich schau nochmal. Nö. Ah, da ist wieder einer. Aber wir könnten hier... Da wo die Dokumente sind. Ja. Da ist nur einer in dem Haus. Und im Haus haben wir ne, glaub ich, recht gute Sicht. Ah, da sind sogar zwei drin. Ne, einer nur, ne? Also ich sehe nur einer. Da, im Haus. Hab ich grad noch einen markiert. Okay. Ah, jetzt zeigt's auch an, okay. Also. Vielen Dank.